Musik Die Bobbahn am Königssee, die hat die berühmte S-Kombination, die einen wichtigen Punkt an der Bahn darstellt. Außerdem ist da noch der Kreisel. Gerade die Ausfahrt muss genau getroffen werden, damit man gut in das anschließende Labyrinth kommt. Das ist auch der Bereich, der den meisten dann am Anfang Probleme bereitet und auch schon einen gewissen Ruf hat. Auf jeden Fall eine coole Aktion von DHL. Da kann man gern mehr davon machen. So eine Bobbahn ist nichts für schwache Nerven. Aber ich wünsche allen Teilnehmern am DHL-Gewinnspiel ganz viel Glück. Untertitelung. BR 2018